Das ist die Rolle von Hermann Göring, der ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Ich werde noch, der schleicht er dann gleich wieder ab, kommt also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird, um einfach aus Berlin wieder rauszukommen. Und die eigentliche Szene, was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, das werden wir eigentlich erst in München erfahren, oder ich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017